Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 hier in Port Royal, verdammt, der Welt von Fluch der Karibik und damit habe ich am wenigsten gerechnet, dass man denkt ja immer Disney, ja, Zeichentrick, aber Disney hat auch menschliche Filme gemacht, so wie das hier, also so wie Fluch der Karibik und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das ist so eine Überraschung, das ist so eine Überraschung. Und das, das mag ich, das ist, ach, ja, wisch, ein Symbol für Frieden und Wohlstand in Port Royal, die Glocke, gut, dann werden wir uns jetzt ansehen, was da hinten Unruhe stiftet, ist das die Organisation 13, sind das die Herzlosen oder sind es vielleicht die Piraten, die, wie hieß die Piratentruppe da nochmal, ach, ich werde es ja gleich erfahren, wahrscheinlich, nicht, falls es sie sind. Wow, jetzt verstehe ich, was du meinst. Hm, aber wenn ihr zwei Trottel und einen Knirps mit nem Schlüsselschwert seht, haltet euch fern. Sie verfügen über Magie, die nicht von dieser Welt ist und keiner weiß, was die selbst bei euch anrichten kann, besonders wenn der Mond euer wahres Gesicht zeigt. Würdige Gegner für Wabossa, meinst du? Hey! Seht ihr, da sind sie auch schon, ha, das sind die drei Quälgeister, die ich meinte. Wen nennst du hier Quälgeister? Für dich immer noch Sora, Donald und Goofy, vergiss das nicht. Keine Angst, wir lassen es sogar auf eure Grabsteine einmeißeln, dann weiß es jeder. Ohohoho, ich mag deine Art. Männer, die Hälfte von euch bleibt hier und widmet sich diesen Küchenschaden. Der Rest von euch bringt mir das Medaillon. Ei! Wir dürfen also nur ein paar von euch verkloppen? Oh, die Musik ist so geil, aber ich weiß nicht, ob die unter urheberrechtlichen Schutz steht. Das ist das Doof an der ganzen... Ich hab grad so die falsche Taste gedrückt, ich bin echt ein Held. Ich glaube nämlich, die Melodie steht unter urheberrechtlichen Schutz. Und ich werd das später eh sehen, wenn ich renne da. Keine Chance, wir können sie nicht besiegen. Ei, was hast du erwartet? Hoffentlich habt ihr eure Gebete gemacht. Vorsicht, sie können eure wahre Gestalt sehen, haltet euch fern von ihrer Magie. Wieso? Hast du mir vorhin denn nicht zugehört? Danke für den Tipp, Carlo. Okay, ich glaube, ich weiß schon. Ich kann sie nur mit Magie besiegen. Nicht wahr? So. Was ist das denn? Letev! Mega geil! Hier, fresse er dies! What the fuck? Ja, ich sollte sie vielleicht anvisieren, die Kerle. Oh, ich hab gar nicht meinen Spaß. La 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 la. Ah ja, ich sollte den Typ anvisieren. Ja gut, die Schläge bringen gar nichts. Geil, oh, wie geil. Ja, wegen der Musik. Normalerweise ist die Musik aus Flucht der Karibik, also normalerweise steht die Musik aus Flucht der Karibik unter urheberrechtlichem Schutz, da bin ich mir zu 99% sicher. Und da ich nicht weiß, ob das hier auch so erlaubt ist, werde ich wohl diesen Part zweimal rendern. Einmal mit der Musik und einmal ohne der Musik. Den mit der Musik werde ich natürlich woanders hochladen, um zu schauen, ob irgendwas passiert. Wenn nicht, dann werde ich den mit der Musik hier hochladen. Wenn doch irgendwas passiert, dann kann ich euch die Musik leider nicht präsentieren. Tut mir leid. Aber ich bin da etwas vorsichtig. Die Sache ist noch nicht vorbei. Ihr kennt alle die Musik aus Flucht der Karibik. Das, was ich vorhin gedödelt habe, dieses Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Das lief hier gerade. Wenn Carlo hier ist, dann heißt das Es gibt Arbeit für uns. Genau. Und der Piratenkäpt'n sah auch recht gefährlich aus. Übrigens, ja, er hieß Barbossa, nicht Barbarossa, da habe ich mich geheert. Oh Mann, ich kann nur hoffen, der wird nicht zu einem Herzlosen. Er ist an Bord dieses Piratenschiffs gegangen. Nun, vielleicht können wir einen kleinen Segelturn mit einem Piratenschiff machen. Hatten wir nicht schon einen Peter Pan oder so? Ich mache nur Spaß. Die Piraten waren unterwegs in Richtung Stadt, oder? Ja, Sie erwähnten was von einem Medaillon. Stimmt, die brauchten ja das Blut von Will Turner, glaube ich. Ich erinnere mich so dunkel an den Film. Aber nicht so wirklich. Die anderen Teile, von denen kann ich gar nichts sagen, leider. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Jack Sparrow in so ein Hamsterrad quasi die Gegend gerollt ist. Ich glaube aber, es war uns ein drittente oder zweitente. Wohin gehst du mich? Lass mich los! Elisabeth! Halt! Was sind die? Das sind die Herdkirchen! Vorsicht! Wir kümmern uns um sie. Los, geh in Deckung! Oh, die Musik! Da kriege ich gleich noch geilere Laune, als ob das Spiel nicht schon geil genug wäre. Das setzt immer wieder einen drauf. Wie schafft ein Spiel das bloß? Also, ihr könnt euch jetzt ungefähr denken, wie ich mich fühle, als ich zum allerersten Mal Halo gezockt habe. Einfach geiles Spiel mit geilem Soundtrack, das einfach nur Bock macht, eine geile Geschichte hat und immer wieder weiß, noch einen draufzusetzen. Was ist das? Auf mit deiner Bom-Bom! Was zum? Wer ballert denn da die Kanone? Sind da oben irgendwo die Piraten-Böslinge, oder? Ich bin schon wieder mit meinem Böslinge. Ich glaube, das wird jetzt nie wieder weggehen. Sag mal, hört auf da oben zu ballern. Sonst komme ich hoch und du bist da! Du bist das! Boom! Aus der Luft zerschnitten. Sehr beachtlich. Ich kenne überhaupt nicht mehr die Stimme von Will Turner, hieß er ja, glaube ich. Ich kenne seine Stimme überhaupt nicht mehr. Meine Fechtkünstler sind ja auch nicht zu verachten. Aber mit solchen Gegnern hatte ich das bisher noch nie zu tun. Aber denkst du wirklich, dass wir so gut sind? Hast du deine Freundin gefunden? Ich war zu langsam, aber ich muss sie retten. Wird ihr die mir helfen? Aber sicher. Ich bin Sora. Und das sind Donald und Goofy. Vor allem der Mensch, wie jetzt Zeichentrickfiguren gegenübersteht. Das erinnert mich an so Filme wie zum Beispiel falsches Spiel mit Roger Rabbit oder Elliot und der Schmunzelmonster. In solchen Stile leben. Ich bin William Turner. Wusste ich's doch. Aber nenn mich Will. Okay Will. Wollen wir? Unbedingt. Wir müssen schnell nichts zu den Docks. Genau Docks. So hieß es ja nicht. Hafen oder sonst irgendwas. Wollen wir nicht das Spiel? Da kommen meine ganzen Fluch der Karibik Erinnerungen wieder. Äh. Wie wechsle ich dich aus? So. Ich kann dich gar nicht mit reinziehen. Gut. Gucken wir jetzt ein bisschen um. Und vernichten ein paar Sachen. Das geht sogar. Geil. Und schon wieder sind ein paar Langeweiler da. Und ein Piratenfatzke. Kümmert ihr euch um die Piraten? Ich mag die Kanonen platt. Gut. Wobei Goofy kann sich nicht um den kümmern. Ich muss mich da auf Donald verlassen. Du 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 du. Äh. Weg da o Piraten-Glum. Gut. Du willst es nicht anders. Oh. Sollte ihn vielleicht auch anvisieren. Wenn ich ihn angreife. Wo Gegner die immun gegen körperliche Schäden sind. Das habe ich ja gern. Oh. Mit Trillstein. Ich glaube so eine Schmiede gibt es ja auch irgendwo. Ich glaube ich muss echt mal wieder. Irgendwie was zusammen schmieden. Ich glaube sogar dass ich die Schmiede schon gesehen habe. Aber ich erinnere mich gerade nicht. Bin mir eigentlich sicher dass ich sie schon gesehen habe. Das war. Ich verwechsel L und R irgendwie. Das ist schon irgendwie doof. Oh. Nein. Hau ab. Aber Maltit. Aber Maltit. Stand das da wirklich? Ne. Da stand was ganz anderes. Mit Ridsplitter. 100.000 Parikaden die ich alle vernichten werde. Achso. Weil da die Parikade ist und ich sie nicht zerstören kann. Musste ich im Kreis rennen. Ok. Da geht es nicht weiter. Da war nur das. Da geht es lang. Da wurde Elisabeth. Äh Elisabeth. Ähm. Ja. Elisabeth. Weil das hier spielt ja glaube ich in England. Ne. In der Karibik oder? Ja. Ich spiel den Fluch der Karibik. Von Namen her würde ich sagen in der Karibik. Aber war es nicht England? Das sind ja alles Briten. Also wenn ich mir die Namen so durch den Kopf gehen lasse. War die Karibik eine britische Kolonie damals? Ich glaube schon. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich glaube schon. Oh jetzt nicht lang. Das heißt das ist ja tatsächlich in der Karibik. Hm. Festigungsanlage. Ach ich kann so schön philosophieren. Ich kann. Äh. Fail. Ich kann hier philosophieren. Das gefällt mir. Ich wieder versuche zu erinnern was ich von dem Film noch weiß. Und wo ich total falsch liege. Wahrscheinlich klatschen sich eher leer an dem Kopf. Weil ich irgendeinen Schwachsinn erzähle. Von Fluch der Karibik. Von wegen. Äh Wulff das war gar nicht so. Babosan. War in Wirklichkeit der und der. Und äh. Hast du dich gesehen? Und Norrington der. Haha. Und dann pack dir voll das Wissen aus. Und ich. Hab kein Wissen. Leider. Ich glaube ich müsste manchmal Fluch der Karibik wieder ansehen. So. So. Abwechslung ist nicht schlecht. Ich bin nun mal eher der Zeichentrick-Typ. So. Oh. Ist sie wirklich auf die Befestigungsanlage geschleppt worden? Ne. Oder? Ich könnte ja auch mal auf die Karte gucken. Warum mache ich das denn nicht? Nicht das Wahnsinns? Von da komme ich glaube ich. Wir sind zu spät. Hä? Die Piraten die Miss Swan entführt haben gehörten zu Captain Barbossa. Und die Black Pearl. Sein Schiff ist soeben ausgelaufen. Dann siehst du sie nie wieder. Die Black Pearl ist nahezu uneinholbar. Du brauchst dringend ein neues Mädchen mein Freund. Hey. Was macht ihr an Bord der Interceptor? Zivilisten ist das Betreten verboten. Ah. Zum Glück bin ich bei dir Captain. Aus hier wird noch ein gutes Piratenschiff. Ein Pirat? Captain Jack Sparrow. Ich bitte nach. Nehmt mich mit. Helft mir die Black Pearl zu verfolgen und Miss Swan zu befreien. So wie ich euch aus dem Gefängnis befreit habe. Und eure Schuld ist abbezahlt. Du musst das Herz der schönen Frau schon alleine gewinnen. Ich sehe dabei kein Profit für mich aus. Bitte Captain. Seid ihr sicher, dass ihr sie ganz alleine segeln könnt? Du und ein bunter Haufen an Bord. Danke, Sparrow. Captain Sparrow. Wir sind Sora, Donut und Goofy. Ich heiße Will Turner. Die Kurzform für William nehme ich an. Sicher nach deinem Vater bin er. Ja. Und dann, Mr. Turner, mach sie zum Auslaufen klar. Ich hab noch ein paar Dinge zu erledigen. Ei, ei. Aber beeilt euch. Natürlich. Sora? Willst du wirklich ein Pirat sein? Natürlich nicht. Was haltet ihr denn von diesem William? Keine Ahnung, wir kennen ihn noch nicht lang. Ah, ich spüre, wie der Wind sich dreht. Okay, ähm, ich war da doch nicht. Ich dachte erst irgendwie, ich bin im Kreis gerannt und von da gekommen. Boah, Jack Sparrow, ich liebe ihn. Er ist mega hammergeil. Donald, verpiss dich. Sparrow bleibt auf jeden Fall da. Der ist hammergeil. Ja, tut mir leid, Goofy. Geht nicht anders. Oh, Captain Jack Sparrow. Wenn ich bitten darf. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Ich bin gar nicht was menschliches gewohnt in Kingdom Hearts. Ihr müsst uns beide noch Messoren retten. Seid ihr beide zum Auslaufen- Was? Bereits zum Anlaufen. Äh, Auslaufen. Ande- Wippe- Andecken, Anlaufen, nö demma. Sind noch nicht so weit? Was hat er jetzt gesagt? Ich muss es nochmal lesen. Auslaufen, okay. Ne, wir sind noch nicht so weit. Wo ist Captain Jack Sparrow? Dahinten geht er rum. Ich will nicht, äh, Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf. Ich sah es, als hätte Barbossa ganz schön gewütet in der Stadt. Ne, das war ich. Ich habe die ganzen Kisten zerbepert. Ne, für immer. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ah. Hm. So zeige ich mich mit meinem Itembestand aus. Das macht mich schwächer, weil meine Magie stärker. Moment, wie ein Königsanhänger bin ich ausgerüstet. Immer noch. Ähm. Moment. Magie 14. Angriff 17, Magie 14. Magie 0. Ach du Scheiße. Okay, das hier verschärft meine Magie. Das wäre zwar stärker, aber ich kann dann keine Magie mehr einsetzen, oder wie sehe ich das? Weil da unten ist dann 0. Das wäre ja nicht unpraktisch. Esprit, Luftcomboboost, Itemboost. Was war denn Esprit nochmal? Ich gehe proportional zu erlitten, dann schadend die MP wieder her. Magiepunkte. Esprit war glaube ich so eine Fähigkeit. Defendershield. Ich habe keine Items. Soll ich beim Königsanhänger bleiben? Ne, ich versuche mal das da. Sparrow. Totenkopfschwert. Eines Piraten, bester Freund. Kann feindliche Angriffe parieren. Oh, Dark Souls. Und da ist ein Haus von Tränke bei dir. Donald hat nichts. Mal 0. Und dann mal das. Und dann mal das. Notfalls kann ich mir das ganze Zeug ja wieder kaufen. Ich glaube, das sollte passen. Stechen wir in den See. Und jetzt sollte ich zuvor noch speichern. Moment. Hier ist doch irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe, oder? Genau da oben. Oh, Jack Sparrow. Du bist so geil. Ich glaube, ich müsste mir auch mal die anderen Flutterkarribe-Teile ansehen. Damit ich weiß, wie es weitergeht. Allein wegen Jack Sparrow schon. Aber der Typ ist einfach cool. Boah, Disney macht so gute Filme. Es gibt kaum einen Disney-Film, der schlecht ist. Oder zumindest fällt mir jetzt keiner ein. Was ist... Wie sah das gerade aus? Ah. Moment. Ups, das ist ja falsch. Achso. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich kann damit nur so ein... Einer... So eine Einer-Kombo machen. Also, das ist ja doof. Alles klar. Es kann losgehen. Wollt ihr mich nicht töten? Dann lasst mich frei. Ihr habt euer Schmuckstück. Ich bin nicht mehr nützlich für euch. Das ist kein einfaches Schmuckstück. Das ist verwunschenes Aztekengold. Eins von 882 identischen Medaillons, die in einer steinernen Truhe an Cortes selbst geliefert wurden. Eigentlich glaube ich nicht mehr an Geistergeschichten, Captain Barbossa. Genau so dachte ich auch. Vergraben auf einer Insel der Toten, die nicht gefunden werden kann, außer von denen, die wissen, wo sie ist. Wir haben sie gefunden. Dort war die Truhe. Darin war das Gold. Und wir nahmen uns alles. Wir haben alles ausgegeben und getauscht. Und vergeudet für Essen und Trinken. Und amüsante Gesellschaft. Je mehr wir davon weggaben, umso mehr wurde uns am Ende klar, dass die Trinkerei nicht befriedigend ist. Dass in unseren Mündern sich das Essen zu Asche verwandelt. Wir sind verflucht, Miss Turner. Getrieben waren wir von Gier. Aber jetzt werden wir von ihr aufgefressen. Das tut mir aber leid für euch. Es gibt einen Weg, wie wir uns von unserem Fluch befreien können. All die verstreuten Teile des Aztetengoldes müssen wieder beschafft, in die Steintruhe zurückgelegt und mit ihnen das Blut aller, die sie berührt haben, zurückgezahlt werden. Miss Turner, seit zehn Jahren durchsuchen wir diese Gewässer. Jede Stadt und jedes Dorf und greifen Matrosen wie Siedler an. 881 Stücke haben wir gefunden, verzweifelten aber an dem letzten Stück. All die Jahre lag ihr sicher in eurem Bett, lasst eure Piratengeschichten und habt von Abenteuern auf hoher See geträumt. Wir aber haben Qualen erlitten, die schlimmer waren als der Tod selbst. Jedoch, dank euch, haben wir endlich das letzte Stück gefunden. Wenn dieses Medaillon wieder in seiner Truhe ruht, werden wir die Meere als freie Männer besegeln und nicht mehr als Geister. Und das Blut zahlt ihr wie zurück? Deshalb hätte es keinen Sinn, euch umzubringen. Noch nicht. Seht, das Mondlicht zeigt, was wir wirklich sind. Wir gehören nicht mehr zu den Lebenden. Wir können nicht sterben. Doch, tot sind wir auch nicht. Viel zu lange schon fühle ich nichts. Ihr beginnt besser damit, an Geistergeschichten zu glauben, Miss Turner. Denn heute Nacht steckt ihr in einer Trennen. Die Interceptor. Also, ich muss schon sagen, das Spiel ist, wenn es darum geht, sich an die Original-Filmsprechrollen zu halten, sehr genau. Also, ich glaube wirklich, dass der Text vielleicht mit ein, zwei Abweichungen exakt so war wie aus Fluch der Karibik. Und auch die Szenen alles. Hut ab, Square Enix. Ich glaube, es waren Square Enix, die Kingdom Hearts gemacht haben. Hut ab, ich bin begeistert. Aber war Kingdom Hearts 1 ja auch schon so. Zumindest so ähnlich. Mit dieser Glocke verkündet man wohl, wie spät es ist. Ihr wollt der Black Pearl hinterher, oder? Dann genug mit dem Palawa. Los geht's. Oh. Was ist das? Port Royal, die Black Pearl. Ah, hier kann man verschiedene Szenarien wählen. Das ist auch gut. Das Spiel, es haut mich jedes Mal neu vom Acker, vom Acker, vom Hocker. Oh, wie geil. Warum habe ich dieses Spiel vorher nie gespielt? Ja, weil ich nicht wusste, dass es existiert. Warum wusste ich nicht, dass es existiert? Ich komme mir vor wie ein Holzkopf. Oh. Aber gut, dass ich es jetzt spiele. Da kann ich all das Neue erleben. So. Ihr wisst schon. Äh. Aula. Antetis Puro. Was? Stimmt, ich wollte eine Magie, oder was das war, gucken. Lunatropfen. Ich glaube, der Lunatropfen war selten und du bist ein... Ich glaube, du bist ein Pirat. Könntest du aufhören damit? Gib's ihm! Oh, aus der Waffe geschossen. Warum seid ihr so auf diesen Kompass fixiert? Stimmt mit dem Kompass? Ich glaube, der zeigt nur in eine Richtung. So was glaube ich. Dieser Kompass wird uns zur... Isla de Mu... Isla de Muerta führen. Ist das wirklich im Film ausgesprochen worden? Also in Teil 1 glaube ich nicht. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Dort ist auch dieser... ...Boss unterwegs. Klar soweit. Ah, das ist klar soweit. Ah, das ist geil. Ich liebe es. Stimmt, das hat er immer gemacht. Woher weißt du das? Nun, mein Freund. Ihr und ich hatten es einst auf einen Schatz abgesehen. Aztekengott. Es war versteckt auf der Isla de Muerta. Aber er hinterging mich und stahl mein Schiff. Und hat ihn auf eine Insel ausgesetzt zurückgelassen mit einer Waffe mit nur einer Patrona drin. Dann ist er... Also er sagt Will. Dann ist er immer noch hinter diesem Schatz her. Der Schatz ist bereits sein. Und sein ist auch der Fluch. Mit dem der Schatz belegt war. Ich habe kein Interesse an solchen trügerischem Luxus. Aber ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Ich glaube das war die Black Pearl. Ja, die Black Pearl. So langsam kommen die Fetzen vom Film wieder. Auch nur, weil ich das hier sehe. Ihr Jungs, wartet ihr. Der Junge Mr. Turner und ich werden das Freund anbefreuen. Hey, und was sollen wir hier machen? Ihr werdet natürlich das Schiff beschützen. Diese Aufgabe wird nur an die mutigsten Piraten vergeben. Gut, alles klar. Oder hat das so gesagt? Gut, alles klar. Dass ihr sie mir gut beschützt. Wollen wir. Klar soweit. Oh nein! Das ist klar soweit. Das ist genauso ein Orbum wie unter dem Meer. Ich schätze, er wollte uns nur nicht dabei haben. Und du bist darauf eingegangen. Wo bleiben die zwei denn nur? Die lassen sich wirklich ganz schön zahlt. Wenn Carlo in der Gegend ist, dann müssen dort auch Herzlose sein. Und Jack und Will sind es nicht gewohnt, gegen Herzlose zu kämpfen. Wir sind besser nach ihm. Könnte Donald nicht allein zurückbleiben? Die Färten wurden ausgetauscht. Sparrow ist leider weg. Ja, Goofy, du bist wieder mit von der Partie. Aber ich sehe gerade auf die Zeit. Ja, die Zeit ist wieder knapp gemessen. Gut, dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.